Bis in die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts hinein hielten die meisten Wissenschaftler das Universum für einen beständigen Ort, den ewigen Hintergrund, vor dem die Sterne und Planeten ihre Bahnen zogen. Aber im Jahr 1916, als Einstein sich die Folgerung seiner Gleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie klar machte, kam er zu einem beunruhigenden Schluss. Die Gleichungen zeigten, dass das Universum dynamisch war, mit anderen Worten, dass es entweder zusammenstürzen oder expandieren sollte. Was immer er auch tat, das von Einsteins Gleichungen beschriebene Universum war nicht statisch. Andere Wissenschaftler erkannten bald die Folgerungen aus Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie in Bezug auf ein expandierendes Universum, obwohl der große Meister selbst nicht willens war, sie in Erwägung zu ziehen. In den nächsten Videos befassen wir uns mit dem Ursprung des Universums, der Entstehung von Sternen und Galaxien, sowie der Entstehung unserer Erde. In diesem Beitrag wollen wir versuchen zu verstehen, wie Wissenschaftler herausgefunden haben, dass unser Universum expandiert. Was bedeutet es, wenn wir sagen, das Universum expandiert? Eine einfache Weise, sich die Expansion des Universums vorzustellen, ist, kleine Klebemarken auf der Oberfläche eines aufblasbaren Luftballons anzubringen. Die Klebemarken sind die Galaxiehaufen und der Ballon ist das expandierende Universum. Wenn wir nach und nach den Ballon aufblasen, rücken die Klebemarken immer weiter voneinander weg, aber sie werden selbst nicht größer. Natürlich stellt dieser Vergleich nur sehr eingeschränkt die Wirklichkeit dar. Das Universum ist schließlich kein Luftballon. Aber sich mit Hilfe dieser Vergleiche das Universum vorzustellen, hilft dabei, zu erkennen, dass die Expansion des Universums nicht unbedingt etwas mit Galaxien, die sich voneinander entfernen, zu tun hat. Es ist nämlich der zwischen den Galaxien liegende Raum, der expandiert, während die Galaxien relativ zum Raum in Ruhe sind. In den frühen Tagen der modernen Kosmologie war der einflussreichste Anhänger der Vorstellung, dass das Universum klein angefangen hat, Georges Limmatère. Viele Wissenschaftler sehen Limmatère heute als den Vater der Urknallkosmologie an, weil er 1927 vorgeschlagen hat, dass das Universum in Form eines Raumteilchens oder Uratoms angefangen hat. Rotverschiebung Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Erkenntnis, dass das Universum expandiert, wurde von Edwin Hubble gemacht. Im Jahr 1919 wurde er an das gerade fertiggestellte Mount Wilson Observatorium bei Pasadena, Kalifornien, berufen und konnte das damals leistungsstärkste Teleskop der Welt, ein Spiegelteleskop mit einem 100 Zoll Spiegel, frei benutzen. Er nutzte das Teleskop, um systematisch so viele Sterne, Galaxien und andere große Himmelsobjekte zu untersuchen, wie er konnte. Er maß nicht nur ihre Entfernungen, sondern analysierte auch das Lichtspektrum des Sterns. Sichtbares Licht ist eine Form von elektromagnetischer Strahlung, die sich im Raum in Wellenform ausbreitet. Elektromagnetische Strahlung setzt sich neben dem sichtbaren Licht aus Radiowellen, Mikrowellen, Ultraviolettstrahlung und Röntgenstrahlung zusammen. Der Abstand zweier Wellenberge der Strahlung wird als Wellenlänge bezeichnet. Was die einzelnen Arten von Strahlung unterscheidet, ist ihre Wellenlänge. Wie ein Prisma, das das Sonnenlicht in seine Hauptfarben aufspaltet, kann auch das Licht der Sterne in ein Farbspektrum aufgeteilt werden. Ein solches Absorptionsspektrum ist ein Farb- bzw. elektromagnetisches Spektrum, das dunkle Spektrallinien enthält. Es entsteht, wenn weißes Licht Materie durchstrahlt und Lichtquanten, die sogenannten Photonen, bestimmter Wellenlängen oder Wellenlängenbereiche dabei absorbiert werden. Die absorbierten Photonen fehlen im hindurchtretenden Licht, weshalb das Spektrum bei den betreffenden Wellenlängen dunkel ist. Absorptionslinien treten also auf, weil Atome oder Moleküle elektromagnetische Strahlung ganz bestimmter Wellenlänge absorbieren. Beispielsweise absorbiert Wasserstoff, das häufigste Element in Sternen, elektromagnetische Strahlung von 410, 434, 486 und 656 Nanometern. Diese Absorptionslinien sind quasi wie ein Fingerabdruck, der sich für jede Atomsorte messen lässt. Absorptionsspektren von Sternen zeigen ebenfalls solche Linien. Nicht nur Linien des Wasserstoffs, sondern auch von anderen häufigen Elementen wie Helium, Calcium, Eisen, Natrium und selbst von ungewöhnlichen Molekülen wie Titandioxid. Absorptionslinien helfen uns, die chemische Zusammensetzung eines Sterns zu bestimmen, ohne eine Probe entnehmen zu müssen. Die tiefe oder relative Stärke der Absorptionslinien können uns sagen, welche Menge dieses Elements im Stern vorhanden ist. Nachdem sie hunderte von verschiedenen Sternen und Galaxien gemessen hatten, bemerkten Hubble und sein Mitarbeiter Milton Humanson etwas sehr Merkwürdiges. Die nächstgelegenen Sterne hatten Absorptionslinien in ihren Spektren, die dem gleichen Spektrum für die Elemente auf der Erde ähnelten. Doch je weiter ein Stern oder eine Galaxie entfernt war, desto mehr verschoben sich die dunklen Absorptionsbanden von ihrer ursprünglichen Position in Richtung der roten Farbe des Spektrums. Warum bewegen sich die Absorptionslinien zum roten Ende des Spektrums hin? Diese Entdeckung wurde erstmals 1912 von Vesto Slipher für einige Galaxien gemeldet und erklärt. Es handelt sich um eine sogenannte Dopplerverschiebung, die durch den Dopplereffekt verursacht wird. Wir kennen den Dopplereffekt bei der Ausbreitung von Schallwellen. Wenn wir auf der Straße stehen und ein Auto auf uns zukommt und hupt, stellen wir fest, dass die Tonhöhe des Geräuschs etwas höher wird, wenn es sich nähert. Nachdem das Auto an uns vorbeigefahren ist und sich von uns entfernt hat, hören wir, wie die Tonhöhe der Hupe wieder abnimmt. Der Dopplereffekt wird dadurch verursacht, dass die Schallwellen, die sich uns nähern, gebündelt werden, weil ihre Quelle immer näher kommt. Wenn die Wellen gebündelt werden, steigen sie in der Tonhöhe an. Wenn sich die Schallquelle von uns entfernt, werden die Wellen gestreckt. Die Dopplerverschiebung gilt nicht nur für Schallwellen, sondern auch für Lichtwellen. Wenn sich die Lichtquelle sehr schnell auf uns zubewegt, dann werden die Lichtwellen gebündelt und haben eine kürzere Wellenlänge, was dem blauen oder violetten Ende des Lichtspektrums entspricht. Bewegt sich die Lichtquelle dagegen schnell von uns weg, werden die Wellen auf eine längere Wellenlänge gestreckt, die dem roten Ende des Spektrums entsprechen. Die ersten Beobachtungen von Slipher im Jahr 1912 und dann der sorgfältige Katalog von Hubble und Humensen mit über 46 Galaxien und vielen Sternen zeigten nicht nur, dass Galaxien rot verschoben waren, sondern auch, dass es keine blau verschobenen Objekte gab, die sich auf uns zubewegen könnten. Noch wichtiger ist, dass Hubble und Humensen feststellten, dass die am weitesten entfernten Objekte die größte Rotverschiebung aufwiesen, sodass sie sich am schnellsten von uns weg bewegen müssen. Hubble erkannte, dass dies bedeutet, dass sich das Universum ausdehnen muss. Dies ist ein verblüffender Gedanke, den die meisten Astronomen zunächst nicht akzeptieren konnten. Die Daten von Hubble und Humensen waren jedoch solide und im Laufe der Zeit wurden immer mehr Objekte analysiert, die sich als rot verschoben herausstellten. Den meisten Astronomen gefiel der Gedanke nicht, dass das Universum einen Anfang hatte, sondern sie waren der Meinung, dass es sich in einem stetigen konstanten Zustand befand, wobei im Zentrum ständig neue Materie entstand. Fred Hoyle, einer dieser Befürworter eines konstanten Zustands, prägte den Begriff Urknall, um sich über Lemaitres Modell lustig zu machen, und dieser Name hat sich seitdem gehalten. Mikrowellenhintergrundstrahlung Die Kontroverse zwischen Urknall und stationärem Zustand hielt sich bis in die späten 1950er Jahre an, ohne dass es einen klaren Konsens gab. Dann wurde rein zufällig eine entscheidende Entdeckung gemacht, und zwar nicht von Astronomen, sondern von zwei Ingenieuren, Arno Penzias und Robert Wilson. Im Jahr 1964 waren sie bei Bell Labs beschäftigt, das für die Entwicklung der Kommunikationstechnologie verantwortlich war. Sie arbeiteten an der Verbesserung der ersten Antennen für den Empfang und die Übertragung von Mikrowellensignalen, vor allem um die Kommunikation mit dem NASA-Projekt Echo, den ersten Versuchen, Satelliten für die globale Kommunikation zu nutzen, zu ermöglichen. Wie Licht sind auch Mikrowellen eine elektromagnetische Strahlung. Penzias und Wilson untersuchten Mikrowellen, weil sie eine neue Art von Kommunikation ausprobieren wollten. Sie mussten herausfinden, wie viel Hintergrundrauschen im Mikrowellenbereich vorhanden ist. Obwohl die beiden Wissenschaftler sorgfältig alle Arten von Hintergrundstrahlung in Betracht zogen, waren sie doch sehr beunruhigt, weil ihre Radioantenne zu viel Mikrowellenstrahlung registrierte. Schließlich erkannten sie, dass egal in welche Richtung des Himmels sie ihre Antenne drehten, die zusätzliche Strahlung die gleiche war. Und damit war es klar, dass das Hintergrundrauschen von außerhalb der Atmosphäre kommen musste. Die Forscher fanden auch heraus, dass der Mikrowellenhintergrund während des Tages und der Nacht sowie das ganze Jahr über die gleiche Stärke hatte. Weil sich die Erde um ihre Achse dreht und sich auch um die Sonne bewegt, müssen die Mikrowellen folglich in gleicher Stärke aus allen Richtungen des Himmels kommen. Damit war klar, dass sie von außerhalb des Sonnensystems kommen mussten, ja sogar jenseits der Milchstraße. Glücklicherweise hatten die Physiker Robert Dicke, Jim Peebles und David Wilkinson nur ein Jahr zuvor die Existenz eines Hintergrundrauschens vorausgesagt, das vom Urknall übrig geblieben war, als alles mit einem großen Strahlungsstoß explodierte. Die Wissenschaftler begannen gerade mit Experimenten zum Nachweis dieses Rauschens, als ein Freund Penzias erzählte, dass er einen Vorabdruck einer Arbeit der Wissenschaftler gesehen hatte, in der genau dasselbe Hintergrundrauschen vorhergesagt wurde. Die beiden Gruppen setzten sich in Verbindung und Penzias und Wilkinson zeigten ihnen, was sie gefunden haben. Und siehe da, die beiden Bell Labs Ingenieure hatten zufällig den Beweis entdeckt, dass der Urknall tatsächlich stattgefunden hatte. Für diese Entdeckung erhielten Penzias und Wilkinson schließlich 1978 den Nobelpreis für Physik. Schon in den 1940er Jahren hatten übrigens George Gamow und seine Mitarbeiter Ralph Alpha und Robert Herrmann eine Hintergrundstrahlung vorhergesagt, falls das Universum in einem heißen, dichten Zustand begonnen hatte. Der Grund dafür ist, dass ein Großteil dieser Strahlung seit dieser Zeit keine Gelegenheit hatte, in der Leere des Raumes mit irgendetwas wechselt zu wirken und deshalb unverändert bleiben sollte. Alpha und Herrmann sagten, dass die fossile Strahlung des Urknalls nun eine Temperatur von etwa 5 Grad Kelvin über dem absoluten Nullpunkt haben sollte. Der absolute Nullpunkt entspricht minus 273 Grad Celsius. Die von Penzias und Wilkinson entdeckten Mikrowellen hatten eine Temperatur von etwa 2,73 Kelvin. Sie sind die wichtigste Beobachtungsevidenz für die Existenz eines Urknalls. Man bezeichnet diese Strahlung als den kosmischen Mikrowellenhintergrund, abgekürzt CMB, für Cosmic Microwave Background. Der CMB ist das Nachglühen des Urknalls, der aus einer Zeit zur Erde gelangt, als das Universum tausendmal kleiner war als heute, lange bevor es Planeten, Sterne oder Galaxien gab. Wissenschaftler haben berechnet, dass der CMB etwa 380.000 Jahre nach dem Urknall entstand. Zu dieser Zeit herrschte im Universum eine Temperatur von 30.000 Grad Kelvin, was heiß genug ist, selbst im ultravioletten Bereich des Spektrums Strahlung auszusenden. Während der ersten 380.000 Jahre nach dem Urknall war das Universum zu heiß, als dass sich Photonen, die Elementarteilchen die Träger der elektromagnetischen Energie sind, frei hätten bewegen können. Das Universum war sogar zu heiß für Atome, weil die zugehörigen Elektronen durch die Hitze einfach vom Kern abgestreift worden wären. Erst nachdem sich das Universum genügend abgekühlt hatte, dass Photonen ständig Elektronen einfangen konnten und dabei neutralen Wasserstoff bildeten, löste sich der Nebel auf und die kosmische Hintergrundstrahlung wurde freigesetzt. Weil die entdeckte kosmische Hintergrundstrahlung in allen Richtungen die gleiche war, sagen die Kosmologen, dass die Expansion des Universums isotrop ist, das heißt in allen Richtungen die gleiche. Obwohl der CMB großteils der gleiche ist, zeigen Experimente, die mit dem Cosmic Background Explorer und der Wilkinson Microwave Anisotropie-Probe durchgeführt wurden, dass es winzige Fluktuationen in seiner Temperatur gibt bei einem Niveau von 1 zu 100.000 Kelvin. Sie sind Hinweise auf die früheste Zusammenklumpung von Materie im jugendlichen Leben des Universums, bevor es ein Alter von 380.000 Jahren erreicht hatte. Im nächsten Video lernen wir das Standardmodell der Teilchenphysik kennen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal und schreibt in die Kommentare. Hubert Röner